damn der shit is boooow ich habe mir ein heißes schokolade gegönnt, hab mir ein eis gegönnt, mezzo mix auf diätbasis John was hast du? Cocktail, oder? Cocktail und wir gehen gleich nach Hause, ansonsten was will ich euch sagen, haltet aber eure Fresse Liga, die Straßen sind leer, die Straßen sind leer, nichts los, Starbucks, nichts los, was ist los? nichts los, guck mal, irgendein Künstler oder Fotograf oder so kam hierher und hat einfach diese Bilder von irgendwelchen Menschen hier aufgestellt, die deren Geschichte dann erzählt haben Deggert, das ist eigentlich voll gruselig guckt euch das mal an, what the fuck, einfach hier so eine ganze Reihe mit Bildern vom Ding her ist das voll gruselig, keine Ahnung Bro, findest du das auch gruselig? ich glaube, er findet es auch gruselig versuch mal, versuch mal zu driften versuch doch mal ja, ah, will schon, will schon, will schon okay, dann lass uns hochfahren oh mein Gott ah, hier ist zugesperrt, deswegen lass mal mit Tempo hochgehen okay, jetzt geht das Ganze rum, John Digger, hier sind überall Graffitis, alles, Digger ja, hier ist auch abgesperrt oh mein Gott warum, warum spendest du bisher ab? einfach, Digger, bei Gott könnte man, easy machen die Schwester will schon? was? überklettern ja, Digger, soll ich jetzt springen oder was? du siehst aus wie ein Frosch, Digger das ist schwierig guck mal an, Digger, oh mein Gott mein Gott, mach mal einen Blick, Digger ich würde da so putzen, mach mal runter boah ja, egal, komm, lass gehen komm, fokussier, du n*** komm, fokussier fokussier äh, sieben Uhr sieben guten Morgen ich bin wach äh ich gehe ins Fitness fühl dich heute ist Brust ich gehe mit John ich gehe jetzt erstmal frühstücken Daily Vlog Tag 1 okay, das war sehr sad T-Shirt, kurze Hose Kutu kurze Scheißpause guck mal, ich gehe gleich frühstücken aber davor wollte ich euch was zeigen, ja ich wollte euch sagen, warum ich TikTok liebe okay ich werde für dieses Video gesperrt alles, was ich in diesem Video mache ist einfach in die Kamera schauen mehr mache ich nicht ich gucke nur in die Kamera ich mache einfach sonst nichts anderes ich sage nicht mal was ich werde für dieses Video gesperrt ich bekomme eine 2-Tages-Sperre für dieses Video ich mache Widerspruch der Widerspruch wird genehmigt ich habe immer noch einen Tag Sperre die nehmen dann einfach nur einen Tag runter die denken sich nie den einen Tag hat er sich trotzdem verdient so, das ist jetzt eigentlich mein einziges Frühstück weil wir haben sonst nicht so viele proteinreiche gesunde Sachen später gehe ich noch einkaufen dann kaufe ich diese ganzen geilen Sachen dann frühstücke ich ein zweites Mal weil ich brauche diese Energie am Nass so, jetzt geht's los hey ich liebe es so in der Früh direkt rauszugehen irgendwas zu machen es ist so geil einfach nur geil geil, geil, geil weil seitdem ich ein Schulabbrecher bin bin ich meistens auch in der Früh noch zu Hause aber jetzt bin ich draußen und es ist einfach nur guten Morgen Herr Can bist du hier gerannt? weil Gott, ich bin gerannt wie ein Sch***er aber wieso bist du gerannt, Digga? schnell sein wir sind da, wir sind da wir sind da, wir sind da wir sind da, wir sind da wir sind da wir gehen wieder weg von Fitness weil ich habe meine Maske vergessen Can ist jetzt drinnen in DM und der kauft mir schnell eine Maske Digga, ich bin einfach der größte Idiot mich ist gut so, wir sind jetzt fertig mit Training und ich muss sagen obwohl ich Brust trainiert habe und dann auch meine Arme sind kaputt einfach meine Arme sind kaputt wie ist bei dir? was ist bei dir kaputt? Brust kaputt Brust kaputt? Bauch auch trainiert Bauch richtig kaputt Bauch ist richtig kaputt Bauch war anders, Digga okay jetzt gehst du nach Hause dann duschen und dann einkaufen Digga, bin ich hier in Edeka oder bin ich im Zoo? am Nacko was ist hier? Türbisskerne lecker Proteinriegel, Digga das ist mein Bereich egal, ich nehme einfach so ein White Chocolate Digga, schau mal dieses riesenglas voll Honig 24, 25 Euro, Digga so Digga, was ist Digga, was ist das? oh mein Erkümmel, Alter die leben gefühlt noch mal so das ist anders, geil so, das ist das Wichtigste, Digga die sind geisteskrank die sind geisteskrank noch schön Lippen Zero der Riegel, der sieht echt geisteskrank geil aus ganz kurz probieren so, ich habe noch nicht mal gefrühstückt deswegen zwei Scheiben Brot aber nicht nur irgendein Brot, Bruder Eiweißbrot und dazu einfach nur zwei Scheiben Käse mehr brauche ich jetzt nicht, okay? Butter ich nehme mir direkt zwei wow, Digga doch, es ist schon höher als normalerweise, oder nicht? ich glaube schon es sieht mega hässig aus überlegt mal, Digga was in den ganzen anderen Städten passiert, Digga soweit ich es jetzt sehe, würde ich schon sagen, ist es ein bisschen gestiegen aber ich weiß es nicht ganz wenig, Bro ja, ganz wenig allein was Regen und so alles anstellen kann, ist schon echt heftig oh mein Gott, Bro es ist so hoch oh mein Gott, Berat was? wir haben früher dort gegrillt, Bro Digga hä? lau, war doch kein es gibt keinen Sinn gerade wir haben früher dort vorne gegrillt der Spot existiert nicht mal mehr Digga, das ist unrealistisch ich schwörs gar, gell? das ist der Film irgend so ein Film, Digga so, egal, dann grillen wir einfach hier am Nackoim, Digga unsere Bankia Salemi wei, Grilli Milli Digga, wir haben mit unserem letzten Feuer den Grill anbekommen, Digga die Dinger gingen einfach nicht an wir mussten so mit Holz und so diesen Scheiß anbekommen jetzt brennt es wie sonst was oh yes I like chicken and I want to oh mein Gott, Digga, ist das heiß zwei, drei oh, hör diesen Sound, Digga boah, einfach, einfach Liebe Liebe in den Ohren, oder? boah, der shit ist boah, schmeckt echt so lecker es wird doch so geil das arme Hühnchen, was sein ganzes Leben lang in ein Quadratmeter nicht mal in Habsleben musste nur damit ich ihn jetzt esse, Digga du hättest ja auch keinen Bock, boah stell vor, du wirst jetzt YouTube machen und keine Videos mit uns sehen sondern mit nervigen Menschen, die ich abfache verstehst du? das wird entnerven ja, ich sag's, wie es ist, meine YouTube-Videos sind auch, zum Beispiel, ich hab überlegt so besteht mein Kanal jetzt nur noch aus mir oder auch aus meinen Freunden so, weil, so, oder reiche ich schon aus aber das Ding ist so, wenn ich mit meinen Freunden bin dann kann ich so erst richtig meinen Humor raushassen lachen, Witze machen wenn ich Mädig bin, so Arnenschwur und was weiß ich nicht, weißt kann so richtig viele Sachen noch machen, so da ist nicht so ich weiß noch so mein Fuss, Digga ich kann auch jetzt rausgehen und dann so jo, ich bin jetzt an der Isar und hier und da aber wenn ich Mädig bin, dann lachen wir verarschen und was weiß ich nicht, weißt oder sowas, oder wenn ich mit dir bin, so das ist halt dann so nochmal so heftiger stell dir vor, du fällst hier rein dein Leben ist vorbei Digga, schau mal, wie krass, Digga keine Ahnung, ich find das endgeil ich find das enderstaunlich so, keine Ahnung Alter, ich bring sie jetzt der Profi kommt jetzt auch schon geil, aber gell ich schwör getaucht ich schwör getaucht also Freunde vom Vlog, ich muss echt sagen so einfach chillen Aussicht genießen Balsam für die Seele, würde Monte Abi sagen einfach nur Balsam für die Seele ich mein, gönnt euch mal diese Aussicht einfach nur Balsam für die Seele, ich weiß nicht also guckt euch mal diesen Teich an wie geisteskrank clean jetzt komm mit Bro, komm mit und jetzt komm mit wer hat hier reingeschissen wer hat hier reingekönt so jetzt bin ich wieder mit Can unterwegs und wir fahren jetzt zu München in Freiheit trinken wieder ein Paffee, eine heiße Schokolade chillen unser Leben und dann geht es auch für mich nach Hause Videos schneiden ich sag wie es ist ich denk ich hol mir Biene Maja oh mein Gott Digga einfach Biene Maja Junge so das sind jetzt die letzten Sekunden vom Vlog wir chillen hier genießen die Aussicht es macht auf jeden Fall Spaß es war ein geiler Tag es war Daily Vlog Nummer 1 ich weiß nicht ob ich ihn hier beende oder weitermache aber es war ein geiler Vlog so, der nächste Sticker welche Station die im linken Spaß hat wooooooooooooooo aaaah dunno lilмос den oh den 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 und den den die il die